Von diesem Tag an soll für alle Zeit der Hohe Rat sein Urteil sprechen. Als Gericht des ganzen Volkes ein weiser Rat, von dem geschützt die Menschen. Dein Kind ist heimgekehrt, Orest, der auf Apolls Befehl nach Argos kam, um Agamemnon zu entsühnen. Vor allem Volk erschlug er Ephigenie, mein Kind. Der Krieg. Waffen und Asche kehren zurück, Urnen und keine Männer. Ich bin ein Mensch! Ich habe Angst! Und die Demokratie? Unglücksmäntel nähern sich. Vielleicht ein neues Missgeschick.